Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von ULabs. In diesem vierten Video schauen wir uns aus aktuellem Anlass an, ob euer Handynetz dennoch sicher ist. Jahrzehntealte Hintertür rüttelt Handybranche auf, titelte die Süddeutsche dazu am 16. Juni. Doch was ist da dran und was heißt das denn jetzt konkret für dich als Nutzer? Zunächst werfen wir dazu einen Blick auf GPRS. Das ist nicht zu verwechseln mit dem Ortungsdienst GPS. GPS. GPRS mit R ist die zweite Generation des Mobilfunknetzes, also 2G, und wurde 1998 entwickelt. 2G war damals das erste digitale mobile Internet und nutzte eine Verschlüsselung namens GEA1, um die übertragenen Daten zu schützen. GEA1 ist proprietär, also nicht transparent. Wie die Verschlüsselung funktioniert, ist somit geheim. Viele Sicherheitsexperten sehen das als Problem, da unabhängige Prüfungen so nicht ohne weiteres möglich sind. Man kann nur darauf vertrauen, dass die Sicherheit gegeben ist, so wie es vom Hersteller versprochen wurde. Zwei Sicherheitsexperten der RU-Universität in Bochum bekamen den Quellcode für GEA1 sowie 2, den Nachfolger, daher nur durch eine anonyme Quelle, also einen Whistleblower. Und deren Analysen zeigte, die Verschlüsselung weist erhebliche Sicherheitsmängel auf. Sie gibt vor, mit 64 Bit für damalige Verhältnisse rechtssicher zu sein. 64 Bit ist die Schlüssellänge. In Wirklichkeit ist der Schlüssel mit 40 Bit jedoch deutlich kürzer. 24 Bit Unterschied mag nach wenig klingen, doch dadurch lässt sich der Schutz in kurzer Zeit knacken. Brisant ist das vor allem, weil 40 Bit nicht zufällig gewählt wurden. In den 90er Jahren tobte in den USA der sogenannte Crypto-War 1.0. Die Regierung entschied kurzerhand per Gesetz, dass Verschlüsselung nicht sicher sein darf. Sie war fortan nur noch erlaubt, wenn sie einfach geknackt werden konnte. Das klingt zwar absurd, hat jedoch politische Hintergründe. Die Geheimdienste wollten die höchstmöglichste Sicherheit nur für sich selber, nicht jedoch für andere Länder. Man kann es sich vorstellen, als wären Fahrradschlösser nur noch mit maximal ein oder zwei Ziffern erlaubt. Also nicht schwierig zu knacken. GPRS sollte damals also mit 64 Bit rechtssicher verschlüsselt werden. Da die US-Regierung jedoch nur höchstens die unsicheren 40 Bit erlaubte, baute man lediglich 40 Bit ein. Die fragwürdigen Exportbestimmungen für Verschlüsselungen wurden um die Jahrtausendwende gelockert und schlussendlich abgeschafft. Doch die dadurch entstandenen Probleme blieben, teils bis heute. Bereits 2013 wurden Schwachstellen in GEA1 bekannt. Dies waren zwar keine offensichtlich mit Absicht eingebauten Hintertüren wie bei den jüngsten Entwicklungen, dennoch machten auch sie die Verschlüsselung unsicherer. Das dafür zuständige Normungsinstitut ETSI entschied daher schon 2013, GEA1 sollte nicht mehr eingesetzt werden. Doch viele Hersteller haben die veraltete Verschlüsselung nicht entfernt, sondern aus Gründen der Abwärtskompatibilität oft beibehalten. Vergleichsweise aktuelle Geräte wie zum Beispiel das Apple iPhone XR, das Samsung Galaxy S9 und viele weitere nutzen diese daher immer noch. Erst im April hat Apple etwa mit dem Update auf iOS 14.5 den alten, anfälligen Algorithmus entfernt und damit endgültig unschädlich gemacht. Doch welche Gefahren ergeben sich daraus nun für mich persönlich als Nutzer eines Smartphones? 2G wird heutzutage zwar nur noch selten genutzt. Üblicherweise verwenden die meisten Smartphones 3G oder 4G. Einige Modelle der neueren Generation sogar bereits 5G. Davon habt ihr wahrscheinlich schon in den Medien gehört. Selbst mit einem alten, verwundbaren Gerät kommt 2G nur noch in sehr schlecht ausgebauten Gebieten zum Einsatz. Viel Spaß macht es heutzutage zudem kaum. Die Verbindung ist so langsam, dass manche Dienste irgendwann einfach mit einem Fehler abbrechen. Während man sich in solch einem Gebiet befindet, wäre das Ausspähen von durchaus sensiblen Daten theoretisch möglich. Praktisch sind in den meisten Fällen viele Verbindungen heutzutage nochmal gesondert per HTTPS verschlüsselt, also eine Verschlüsselung, die sicherer ist in der eben beschriebenen Unsicheren. In der Praxis wird sich aufgrund des hohen Alters der Lücke also heutzutage nicht mehr allzu viel damit anfangen lassen, weder für Geheimdienste noch für gewöhnliche Kriminelle. In noch schlechter ausgebauten Ländern sieht es dagegen anders aus. Und auch für Deutschland bedeutet das, In der Vergangenheit zumindest, konnte die Kommunikation unzähliger Handynäuser über Jahrzehnte einfach abgehört und sogar manipuliert werden, weil der Staat dies mit Absicht schwächte. Das sollte uns zu denken geben. Vor allem da Hintertüren seit Jahren immer wieder von verschiedenen Politikern gefordert werden. Selbst in Deutschland und in der EU sind sie mittlerweile im Gespräch. Es ist nicht transparent, wer damit was ausspioniert, ob dies befugt geschieht oder unbefugt. Selbst wenn Geheimdienste reguliert wären, könnte jeder Kriminelle die Lücke für eigene Zwecke missbrauchen. Dies ist in der Vergangenheit auch bereits mehrfach geschehen. Eternal Blue war der wohl bisher schlimmste Fall, der viele Unternehmen und sogar Infrastruktureinrichtungen, die kritisch sind, wie zum Beispiel Krankenhäuser, lahmlegte. Das Schwächen von Verschlüsselungen durch Hintertüren ist daher ein großes Problem. Auch wenn diese alten Hintertüren für uns heutzutage in diesem Fall kaum mehr relevant sind. Und damit sind wir am Ende angekommen. Wenn ihr den Medienhype um diese Schreckensmeldung nun besser einordnen könnt, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Um keine weiteren Videos zu verpassen, gerne ein Abo dalassen. Feedback könnt ihr uns wie immer in den Kommentaren hinterlassen oder direkt im Forum auf youlips.de posten. Bis zum nächsten Video, bis dann. Ciao.